Hören Sie zur Vorbereitung auf die heutige Predigt Gottes Wort aus dem ersten Petrusbrief. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Liebe Freunde, halten wir uns an Gott und schenken wir ihm unser ganzes Vertrauen, sodass wir alle unsere Probleme und Sorgen auf ihn werfen können. Amen.